Was hatten wir jetzt noch schönes alles vor? Wir wollten mehr Eisen haben, das weiß ich noch. Die Doppelmauer musste fertig werden. Okay, mal gucken, ob ich noch... Sandmauer. Ja, eigentlich sollten wir auf Sandmauer noch steigen. Krummelkrumpf. Ja, bau hier, bau Sandmauern. Sollte auch automatisiert werden. Also, halb automatisiert. Ich will nicht wieder Roboter haben, die einzelne Sandkörner rumfliegen. Das war nicht so toll letztes Mal. Also Mauer, mehr Ressourcen, dementsprechend wahrscheinlich auch mehr Schmelzöfen, dementsprechend mehr Stromverbrauch. Und bei der Forschung hatten wir nur Krimskrams gemacht gerade, ne? Also die ganzen Metallsachen wollte ich, glaube ich, durchrattern. Ja, adert jetzt vielleicht nicht unbedingt wegen den teuren Kosten da. Wobei, halten wir ganzes an mit der Forschung. Ich gucke mal, wie viele blaue Tränke wir haben. Oh, genau. Und wir wollten die Forschungseinrichtungen auch umbauen, damit das mit Robotern gemacht wird. Weil es doch ziemlich lästig ist, jetzt die blauen und bald auch lila Tränke sonst da hinzubringen jedes Mal. Und das sind echt wenig Tränke. Weil nicht genau was ankommen. Wow, es sind viele Batterien, die klaue ich mal. Äh, ne, so. Und es ist einfach zu langsam, ne? Ja, du machst das schon. Wie schaut es hier aus? Ja, damit... Oh, 177. Schick, schick. Ich glaube, ich baue aber das Ding hier mal kurz um. Sodass jetzt alle Magnete, die kommen, was nicht viele sein werden, weil... ...das Ding außerhalb der Roboter-Reichweite ist und dementsprechend keiner an diesen Platten anfliegen kann. Äh... Ja, dass alle Magnete, die hergestellt werden, dann auch in die Kiste gepackt werden. Weil von diesen Superconductor-Dingern habe ich langsam genug. Bau bitte... Gar nichts, weil wir kein Eisen haben. Wo ich gerade hier die Lasertürme sehe. Es wurde in den Kommentaren erwähnt, dass die Dinger wohl dazu gedacht sind, in die Mauer reingebaut zu werden. Und wo ich jetzt so drüber nachdenke, das macht sogar echt ziemlich viel Sinn. Weil die haben halt einen ähnlich hohen Lebenspunktwert, wenn nicht sogar einen höheren. Und es verbraucht ja nicht ganz so viel Platz. Und das müssten wir mal gucken. Problem ist dann halt nur, dass sie einfach angegriffen werden könnten. Was jetzt noch kein Problem ist, weil... Ne, die Gegner sind nicht stark genug. Aber es könnte später ein Problem werden. 2800. Gegen 350. Ja, ich glaube, das wäre gut, das in die Mauer einzubauen. Nehmen wir die mal kurz mit. So, wo seid ihr? Was? Hab ihr doch vorhin noch hier... Ach da. Du da weg. Das heißt, da mache ich hier jetzt mal Lüpp rein. Ah, kein Strom. Das ist problematisch. Ja, ne. Dann lassen wir sie doch mal genau da, wo sie früher waren. Ich muss dann später gucken, ob ich das noch irgendwie umende. Und jetzt waren das jeweils zwei. So. So, und hier unten eher. Genau, so. So, so. Also, äh, also keine Tränke. Ich wollte noch mehr Eisen abholen für die Schmelzöfen. Oh, ne, es mangelt an Steinziegeln. Äh, Mist. Ja, aber es muss einer da bleiben. Genau, damit es eine gerade Zahl ist. Stein, Stein ist auch noch nicht automatisiert. Wir müssen bald hier auch nachleben. Stein hatten wir wo? Bei unserer Wasser-Stein-Sandanlage. Wo habe ich die hingebaut? Da unten. Natürlich am weitesten entfernt und durch das ganze Gewusel durch. Das ist ja klar. Lauf außen rum. No. Da, 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 da lang. Wie viele Blocks haben wir drinne? 589. Ist jetzt auch nicht so die Welt. Sollten wir auch bald mal wieder auffüllen. No. Und ich hätte gerne große gelbe Kisten. Ich will mich jetzt schon das Zentrallager aufbauen. Damit ich immer wieder hier mein Inventar komplett leer machen kann. Weil ich wollte jetzt gerade Steine abholen. Und ich hatte fast keinen Platz, um die Steine reinzupacken. Das ist nicht so ganz Sinn des Ganzen. So, du bekommst hier ganz viel Stein, damit durchgehend rote Tränke hergestellt werden. Und du, erst mal lieber direkt. So, sehr schön. Drei Schmelzöfen, das ist wenig. Jetzt mangelt es am Eisen. Oh, hält er mit. Hält er mit, hält er mit, hält er mit. Wir könnten die Ölfüfen auch so einstellen, dass sie gezielt eher Eisen einsammeln als Kupfer. Nö. Wir werden auch Kupfer später wieder brauchen. Das ist schon okay so. Du weg. Die hier weg. Und die Fließbänder anders. Fließbänder habe ich genug. Jo. Dum, 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 dum. Vorerst so. Und Stromversorgung mit dem neuen Muster für die Ölfüfen hier. Achso, brich die Mauern ab, lass das da dann bauen. Gut, 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 gut. Habe ich genug für noch mehr davon? Nein, davon. Ja, hätte ich. Ich könnte sieben Stück noch bauen. Aber erst mal gucken, wie es mit den dreien hier hinhaut. Wenn die denn fertig gebaut sind. Also, wie das zeitlich so hinhaut. Auf der einen Seite staute es sich schon mal. Das ist gut. Aber es ist fast gar nichts an Eisen hier drin. Nö. Kupferkisten platzen bald. Okay, platzen ist übertrieben, aber es ist schon ziemlich voll. Aber es wird sich ändern, sobald wir mehr Chips herstellen. So, die stehen hier auch falsch. Mal mit, 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 mit. No, die stehen hier auch falsch. Mit dich, Jungs, mit dich. Äh, ja, bis auf die bei den Pfosten. Aber das ist, ne? Später Umbauaktion, da freue ich mich schon drauf. Äh, schmelz oben? Schmelz. Falsch. Schmelz, schmelz. Rein, rein, rein. Raus, 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 raus. Gott. Ja, das hilft jetzt ein bisschen. Mehr Applikatoren mache ich nicht. Ich gucke lieber, dass ich mehr davon hinbekomme. Forschung wieder anschmeißen. Ja, rote Tränke staunen sich schon. Okay, Forschung wieder anschmeißen. Irgendwas, was keine blauen Tränke braucht. Irgendwas, was keine. Charakter-Logistik-Slots. Ist sehr verlockend, ja. Wobei die Roboter noch langsam sind und nicht hinter uns herlaufen können. Das ist nicht so gut. Fast Long Handed Insurter. Kostet fast gar nichts. Ja, machen wir. Einfach erstmal haben, die Forschung ist wichtig. So, zack, 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 zack. Okay, ich brauche Eisen. Mehr Eisen. Habe ich irgendwas an Solar Panels oder Stromgedöns, was ich setzen kann? Nee. Ich habe nur ganz viel Kram. Ich habe nicht so viel Kram. Warum habe ich zwei Stücken Gold im Inventar? Genau, gelbe Kisten. Können wir bisher nur die kleinen bauen. Ich hätte gerne Big Size Chest. Und erst bei 250 Blauen kommen die... Ja. Wie wäre es, wenn wir jetzt die Automatisierung von den Blauen Tränken ordentlich machen? Also im großen Stil. Das heißt, viele Roboter. Ich glaube, das wäre wichtig. Weil dann müsste ich nicht immer so knausern bei der ganzen Forschung. Wenn die Forschung gut in Schwung ist, dann kommen wir mit der Wirtschaft auch gut in Schwung. Können mehr aufbauen und dann... Ne? Planetare Dominanz und so. Large Mining Drill. Stinknormale Mining Drills. Invar und Press. Können wir glaube ich auch erstellen. Ja, erforsch mal. Damit wir unsere Endlosfelder einfacher bauen können. Genau, also hellblaue Trankproduktion. Vollrobot automatisieren. Würde heißen. Wir bräuchten diese ganzen Fabriken hier. Oben in unserem Fabriken-Muster. Und wir bräuchten auch die weiße Chip-Produktion dann. Oben im Fabriken-Muster. Problematisch wegen dem Zeug hier. Oh. Achso, wir haben noch dreckiges Erz. Ja, haben wir. Ein bisschen problematisch wegen dem Zeug hier. Aber das können wir einfach mit Untergrundpipes regeln. Oder komplett neu woanders aufbauen. Weil das ist ja nicht abhängig von den ganzen Ölsachen. Das ist ja nur Wasser und Salz und Kram. Naja. Und es würde helfen, das hier ein bisschen zu trennen. Also Lavalampe, Ferric Solution und unsere eigentlichen Ölsachen. Gut, das hier läuft immer noch nicht ganz so, wie es soll. Wegen dem Eisenmangel. Aber das klingt gut mit den Fabriken. Ich müsste mir jetzt nur so ein neues Muster überlegen. Wobei das eigentlich, glaube ich, ganz einfach wäre. Wir machen hier Eisenzahnräder. Wir machen hier die gelben Ärmchen. Mist. Es wäre schön, wenn wir die Circuit Boards auch in der Nähe hätten. Irgendwo muss irgendwas repariert werden? Oh, okay. Ja, also wenn wir auf der einen Seite die Zahnräder hätten auf der anderen Seite die Circuit Boards für die gelben Ärmchen. Problem dabei ist nur, dass es nicht hinhaut. Weil die gelben Ärmchen müssten dann ja auch gleich weitergereicht werden. Ja, ne, dann müssen die Roboter halt kurz fliegen. Ist okay. Ist ja eine sehr kurze Strecke. Also, Zahnräder werden hierher gestellt. Das heißt, es kommt Eisen rein. Das da raus. Ich brauche unbedingt viel, viel, viel mehr Kisten. Ist auch ein altes Problem, ne? Nie genug Kisten. So, du von hier nach da. Dann kommt hier die Kiste hin, die gerne die Chipsette. Aber echt nicht viele. Da muss ich mir... Scrollbalken, ja, sehr schön. Äh, die braunen Chips da. Sagen wir mal 50. Äh, und was brauchen wir noch? Eisenplatten direkt. Okay, also hättest du auch ganz gerne Eisenplatten. 50 Stück. Und die besten Minerals sind fertig. Was kosten die noch besseren? 100 davon. Und Titan. Ja, Titan und diese grünen Chips, das ist wirklich der nächste Schritt. Da will ich mir noch ein bisschen vordrücken. Noch bessere Solarpanels, noch bessere Capacitor. Das ist einigermaßen machbar. Was bist du? Smart Tank, Omni-Aktuator. Was ist ein Aktuator? Ein Auslöser? Das hört sich so nach Activity an. Smart Akkumulator. Wie für ein Smart? Puls-Sensor, Electric Switch, Item. Äh, das ist quasi, ähm, Redstone-Zeug. Also damit kann man Schaltkreise aufbauen, glaube ich. Krank. Krank. Okay, damit werde ich absolut nicht klarkommen. Äh. Und ganz viele Robo-Port-Sachen. Was ist denn eine Robo-Chest? Supply Area 2x2. Oh, das kann Roboter aufladen. Und das kostet nur Grün und Rot. Ja, bau das mal und dann forschen wir damit, wie das funktioniert. So, die gelben Ärmchen kommen teils in die Kiste. Aber nur ein Slot. Und der Rest wird weitergereicht zu den blauen Ärmchen. Die hier hergestellt werden. Du brauchst ebenfalls Eisen und braunen Chips. Also das gleiche wie hier. Das heißt, wir machen Shift-Rechts, Shift-Links. Blaue Ärmchen werden ebenfalls eingelagert, aber auch nur wieder ein Stack. Damit ich das später, falls ich das mal selber brauche, beantragen kann und so weiter. Und dann würde ich von hier aus jetzt hier unten grüne Ärmchen machen. Und hier die eigentlichen Tränke, richtig? Ja. Genau, also hier grün, da weiße Chips. Und weiße Chips kriegen halt recht viel angeliefert. Das ist dann halt so. Du und die grünen Ärmchen waren wieder woanders. Die waren da. Und die brauchen nur blaue Ärmchen und braunen Chips. Oh, wobei, wir hatten ja letztes Mal einen Fehler gemacht. Ne, ich glaube, das ist okay so. Also der Fehler, den ich letztes Mal gemacht habe in der letzten Staffel, war, dass ich die Kisten so platziert habe, dass man nicht hier von einem Blueprint machen konnte und den am 180 Grad kippen. Weil die Kisten waren dann falsch rum. Das müsste jetzt aber gehen. Ne, müsste es nicht. Die Kiste ist links. Wir kippen uns von 180 Grad, ist die Kiste von da aus gesehen links. Müsste also andersrum. Das heißt, oben ist blau-rot und unten ist rot-blau.